Dieses zum Kauf angebotene renovierungsbedürftige 5-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Kerpen. Das im Jahr 1955 erbaute Gebäude wird über eine Ofenheizung beheizt. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 520 m2 weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 90 m2 auf. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 239.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.